Wenn du dann den Fitness-Checkup absolviert hast, dann stufst du dich ein, sehe ich mich noch als Anfänger, das heißt beginne ich erst mit meiner Sportkarriere sozusagen oder habe ich das eigentlich schon ganz gut geschafft, mach schon länger Sport, dann bist du auf jeden Fall schon Fitnessprofi und kannst schon gleich in das fortgeschrittenen Workout-Programm einsteigen. Du findest in der Workout-Rubrik vier Workouts, die sind so konzipiert, dass du die jeden zweiten Tag absolvierst und jedes Workout trainiert sozusagen einen anderen Bereich des Körpers. Das erste Workout trainiert deinen Oberkörper, deine Arme, deine Brustmuskeln, deine Schulter- und Rückenmuskulatur. Das zweite Workout trainiert die Beine und den Po. Das dritte Workout ist ein Fat-Border-Workout, also ein Cardio-Workout plus Bauchmuskeltraining. Und das vierte Workout ist sozusagen ein Complete-Body-Workout und da verwandeln wir unser Zuhause in ein Fitnessstudio. Das heißt, hier wird ordentlich Kraft gepumpt für deine Muskulatur. Und dieses Workout steht unter der Rubrik Your Home is Your Studio. Das heißt, da wirst du viele, viele Workout-Ideen finden, wie du es schaffen kannst, zu Hause auch Muskulatur aufzubauen und mit einer bestimmten Herangehensweise deutlich intensiver zu trainieren, wie du es vielleicht sonst von den Workouts zu Hause her so kennst.